Hallo Leute, willkommen zurück zu Lordsplay Stronghold Crusader. Wir sind beim Mission 63 Gesegnetes Bündnis. Die haben sogar die Jahreszeiten jetzt immer richtig. Aha, weil ich mit dem spielen musste, okay. Lustigerweise, Computerfürsten kriegen 20.000, da gehört auch mein Computerfürst dazu hier. Das ist auch ein Rischer Fürst. Es geht schon wieder los. Wir haben gerade erst angefangen. Erste Sekunde gezockt und schon baut er hier seine Kack-Dingen-CNA. Hier, pass auf, wir machen es ganz fair. Wir machen es ganz, ganz fair. Wir haben nicht genügend Steine, mein Lord. Ja, dann kann ich ja erst mal mit dem Hals ausrasten hier. 1, 2, 3, 4. Das brauche ich mir doch wahrscheinlich meine... So, wir machen es ganz fair. Du kriegst eine Hälfte. Bäm. Kommt man hier weg? Ja, man kommt hier sogar drüber. Nochmal Bäm. Und Bäm. Weg mit deinem Scheiß. Der Bergfried ist komplett, habe ich gesagt. Okay, jetzt ist er komplett. Wir müssen diesmal auf Weizen gehen, weil wir haben, ihr seht es ja, echt wenig, echt, echt wenig Ländereien. Ich habe immer solche Brain Lags zwischendrin. Das ist, müsst ihr mir verzeihen, das ist normal. Das ist einfach nur, wenn man hoch konzentriert, so wie ich bin. Sich auf was konzentriert, logischerweise, weil sonst wäre man ja nicht hoch konzentriert, sondern nur mittelmäßig konzentriert. Ihr habt nicht genügend Güter. Bier kann ich eigentlich behalten und Kopf auch so. So. Aber wir müssen jetzt noch trotzdem ein paar Getreideformen bauen. Zack. Siehst du, guck mal wie effizient. Zwei habe ich hier rein bekommen. Weg mit deiner Holzfällerhütte. Hier, das ist meine. Ich darf auch kein Tor setzen, weil dann fängt er wieder an, mein Land zuzuspammen. Ist hier rechts jemand? Nein. Der könnte von, der wird von hier kommen. Oh, mega. Ich kann hier drauf bauen. Mega, mega, mega. Aber der kann auch von rechts kommen. Okay. Na, trotzdem. Mega gut, das zu wissen. Ich kann auch vor allen Dingen den hier machen. Und dann Scheiß aufs Eisen jetzt hier. Bäm. Mittendrin. Das ist die Grenze. Hier ist Turm. Turm Death. Ich muss auch hier bauen, logischerweise. Kein Holz. The fuck. So viel Holz verballert. Ah, da kommt schon Holz. Cool. Kommt noch mal mehr Holz. Ich wollte nämlich. Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Eins, zwei. Eins, zwei. Das müsste eigentlich relativ zügig gehen, weil die sind hier nebenan dran hier. Oh mein Gott. Ich kann es langsam nicht mehr hören. Achso. Es kommt natürlich Holz an, wenn ich anfange, zu produzieren, äh, zu kaufen. Ist klar. So. Eins, zwei. One. Two. Drei. 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 Reicht erst mal. Ihr produziert, ne? Genau. Zwei Steinbrüche. Wie ist es bei dem aus? Der wird schon attackt. Ja, das kriegst du hin, oder? Du hast ja hier die Hälfte der Länder rein. Ich brauche Hilfe. Schickt uns Hilfe. Schickt uns Hilfe. Du hast mehr Steen als ich. Das wirst du schon gebacken kriegen. Der Abtei wird belagert hier. Also ich glaube, ich höre nicht mehr richtig, ey. Zwar fies, das stimmt. Ach nee, das hat hier noch Steine. Also komm, das kriegst du ja wohl hin. Ich brauche doch noch einen Ochsen, ja. Ihr Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Ihr Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten. Was? Achso, ich hatte ja kein Holz gehabt. Es werden Rekruten. Was sind sie denn? Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Oh shit. Oh wow. Der CPU ist ja richtig schlau. Das Gegner. Der schickt die aber nicht zu mir, weil da oben ist schlecht. Wenn er da oben lieber hier jetzt hinschickt. Dann doch noch ein paar Armrüste. Und ihr geht gleich mal hier hoch. Lagerung ist toll. Komm, mach mal. Du hast hier so viele Sachen, ey. Mach die mal kaputt. Ich helfe dir mit den Typen da oben. Da kommt schon eine schöne Salve hier. Bam, bam. Hier sollte wie sie fallen, weil die Armbrüste einfach mega stark sind. Stark. So, und dann können wir hier nochmal für dich, für dich nochmal sowas hinhauen. Und los. Und Marsch. Ja. Sire. Sire. Achso, ich hab schon. Ich sag dir, wenn er jemand von mir trifft. So eine Kackmangel. Achso, das ist die Mangel von dem da unten. Okay. Oh mein Gott. Stirb halt. Stirb halt. Alter, der stirbt halt tatsächlich schon. Oh Gott. Dann muss ich mal. Tatsächlich. Du hast Haufen Armbrüste, äh, Katapulte, aber... Wir sind bereit. Was wünschen wir uns? Ist das schlecht, ey. Alter. Oh mein Gott. Der lässt sich halt dort von dort töten, ey. Ist das ein Typ? Flip aus. Wir sind bereit. So, bei dem, vor dem, der steht einfach mal drei Katapulte, ey. Oh, oh. Schützt meine... Meine Bitte. Kann da schon rein? Was hast du mal hier? Ähm. Ja. Hast du schon Hilfe? Alter. Ich kann dir nur einmal Hilfe schicken. Wir fangen jetzt nicht an, dumm zu werden hier, ja? Fräulein. So, jetzt haben wir jetzt genug. Wir werden überfallen. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Oh, oh. Ein erträglicher Aufwand. Im Laufschritt. Mach mal auf. Was wünscht dir? Jetzt auf meine Armbrüste abgesehen hatte, ey. Und auf meine Truppen hier. Okay. Okay, pass auf. Dann schicke ich die jetzt hier hoch. Und anscheinend ist kollegische Schnürschuh hier nicht so fähig. Bin zur Stelle. Meine Bogen produzieren, aber umso mehr. So. Der wird tatsächlich stark hart belagert. So. Mach die jetzt kaputt. Hm. Lässt sich nicht lumpen. Oh, kein Geld mehr. Fast. Fast kein Geld. Aber dafür gibt es ja eine Lösung. Und zwar. Wir brauchen einfach noch mehr. Bäckereien. Das ist eine der Lösungen. Zu diesem komplexen Problem. Oh, mein Karnspeicher war fast voll. Das läuft, das läuft, das läuft. Und wir könnten auch noch Bier aus Schank produzieren. Und eine Brauerei daneben. Selbst gebrautes Bier. So, jetzt. Das meine ich jetzt. Es geht schon wieder los hier, ey. Was soll ich sich auf meinen Ländereien hier anbauen? Jo. Ach, hat das schon. Reicht das schon, wenn ich hier einfach nur auf. Auf zu mache, ja. Dass der dann sich ab. Jawoll, das reicht sogar aus. Sich verpisst aus meinem Land, ey. Das kleine Ding holzt der ab. Der ist ja mal krass, ey. So, anscheinend haben wir das Problem geklärt für ihn. So, wie viel Beliebtheit haben wir denn? Oh, mega. So. Mega, mega, mega. Ja. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Völkungszahl 50%. Wie geht das? Springen wir das immer runter auf plus 2? Ja, okay. Gold fließt in die Schatzkampfsteine. Das Volk liebt euch, mein Lord. 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 Eine Nachricht vom Abt. Die Abteile belagert. Schickt uns Hilfe. Ja, es geht ab, ey. Ja, es geht ab, ey. Das Volk liebt euch, mein Lord. Das Volk liebt euch, mein Lord. Vor allen Dingen, was geht ab? Wie viel, mit wie viel Sachen der kommt, ey. Aber der stellt auch seine Katapulte direkt vor die Haustür. Das ist Glück für mich, weil hier oben gerade keine Balliste steht. Und der repariert auch nicht. Das ist das Problem bei den CPUs. Mach mal die Bude auf jetzt hier. Oh mein Gott. Hallo. Ach so. Das war's schon. Okay. So, wie machen wir das mit unserem Gegenangriff? Erstmal stelle ich hier auch nochmal eine Balliste oben drauf. Weil, wer hat da kann. Das sieht auch mega aus mit dieser, mit diesem erhöhten Turm da. Wie weit kann ich da eigentlich vorbauen? Kann ich ihn da wieder inbauen? Nö. Schade. Das steht nur hinten da, ey. Ja, durch das kommt Attacked. Gibt genug Sachen zum Abschlachten. Ähm. Haben wir hier... Natürlich haben wir hier Eisen. Jetzt bereue ich es ein bisschen, dass ich es hier zugebaut habe. Aber... Wie viele kriege ich denn hier rausgeschöpft? Wie viele kriege ich hier rausgeschöpft? Eins. Zwei. Okay. Das Vorratslager ist voll, mein Lord. Perfekt, Bongos. Good Job. Ja und der Ochsen ist dafür gestorben. Okay. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Mhhh. Eine Nachricht vom Abt. Die Abteile belagert. Schickt uns Hilfe. Mein Gott. Nerv jetzt nicht. In deiner Kinderkülle hier, ey. So, dann sieht das auch ein bisschen awesome aus hier. Oder? Ne, es sieht so hier besser aus, glaube ich. Oder aber, damit der erst gar nicht auf blöde Idee kommt, mache ich hier einfach nochmal eine Mauer. Perfekt. Ein erträglicher Auferlust. Jetzt habt ihr, jetzt habe ich euch gefangen, hä? Ihr Schmarotzer hier. Sind zwar die, die Leute dort oben eingesperrt. Achso, Leute, das war voll dumm. Ich muss das ja so bauen. Diese Länder werden bald unter unserer erleuchteten Führung wieder vereint sein. Mein Gott, der redet von Erleuchtung. Nicht normal, Dude, ey. Warst du schonmal beim Psychiater? So, ich mache den Weg frei für die Eisenlieferung. Eisen, Eisen. Der Bergfried ist komplett. Das ist strategisch wichtig. So, was sieht denn aus jetzt hier? Ich ohne hier noch. Du hast hier überhaupt nichts an Truppen. Nur 60. Keine Ahnung, von wo die sind. Ach, weil er gestorben ist wahrscheinlich dort vor Ort. Steine läuft zu gut. Das ist unser Haupteinkommen. Und jetzt geht es los. Jetzt produzieren die auch ein bisschen schicke Waffen. Starke Waffen. 1, 2. 1, 2. Der hat es immer noch nicht gecheckt, ne? Ja, wir machen einfach dann eine Taktik. Dann machen wir einfach eine andere Taktik. Ich will ja sowieso noch irgendwann mal. Ich produziere jetzt nochmal schon ein paar Gerbereien. Damit ich mir es nicht kaufen möchte. Ich wollte mir das eigentlich erst kaufen. Aber scheiß drauf. Das läuft. Oh, das läuft sehr gut sogar. Die kriegt das auch gebacken, Ains zu versorgen. Dann machen wir halt zack, zack. So. Und jetzt kann er mir nichts mehr an Land wegnehmen. Was? Wo werden wir überfallen? Was? Ich habe so wenig nur. Wegen dem Eisen bestimmt. Ja. Und den. Außenmauern. Mal gucken, was passiert, wenn ich noch eine 2 dann baue, ob eine Brauerei beide versorgen kann. Mit dem gleichen Bier. Zwei Kneipen nebenan. Mit dem mal schön saufen, Junge. Ach ja, war doch. Ist doch ganz toll. Jetzt müssen wir uns daran machen, den zu zerstören, zu vernichten. Es werden Rekruten benötigt sein. Und das machen wir mit Katapulten. Ganz klassisch halt, ne. Damit das nicht Ewigkeiten dauert. Früher bin ich, habe ich halt eine Riesenarmee gebaut. Und die vor seine Haustür gestellt. Heutzutage macht man das mit Technologie. Mit Katapulten. So. Ich habe mehr Baumeister als mehr. Ja. 20 Katapulte. Geht ab. Was soll konstruiert werden? Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Ihr könnt das nicht dort platzieren, JAY. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Perfekt. So. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Habe ich nie die Gaberei gebaut? Wann kommt denn jetzt endlich Leder an? Ach es gibt Platz in der Waffenkammer. So, was war das? Die 6, die 4 von hier. Gucken ob die gleich Moven, ob die es checken. Ja, checken sie. Sehr gut. Was? Nur der Zweitgrößte? Ich muss diese dämliche Mange wegkriegen. Nervt jetzt langsam. Wie das aussieht hier mit Zwanschkatapulten. Ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus bei dir. Ich könnte bei dir noch optimieren helfen, indem ich hier einfach... Und dann müssten die quasi hier durchchoken. Ja, die Armbrüste regeln das da schon. So, auf geht's meinem Army. Meine Catapult Army. Jetzt gucken wir mal. Näher. Näher. ATTACK! Okay. Na, die greifen halt nur die Scheiße an. Ey, Scheiße. Hauptsache der greift nicht meine, meine Dingens an. Meine Katapulte. Hauptsache die visiert nicht an. Alles andere ist mir wurscht. Katapult wird bewegt. Sind die jetzt schon drüber? Nö. What? Oh mein Gott. Haben die sich gerade selbst zerstört? Alter, ist das dumm. Jetzt mach das Ding kaputt einfach nur. Oh lol. Das dumm, greift der einfach, greifen die sich selbst an die Helden, ey. Okay. Keine neuen Steine. Und doch einmal, komm. Feuert durch. Scheißegal was passiert. Ihr kriegt Rückendeckung. Okay, schade. Was wünscht ihr? Unser Werkzeug ist bereit. Das ist was so sinnlos, ey. Eine Salve geschossen, bam, alles tot. Echt Applaus, Glückwunsch, ey. Ohne Witz. Wir sind bereit. Es werden Rekruten benötigt sein. Wie lange jetzt? Immer ungerade, ey. Ich lasse mal wieder einen Haufen Cash darauf. Ach, bemühen die Gold. Hallo, geht ihr mal dort rein? Was ist denn los? Eisen, haben wir. Ach, Eisen ist am produzieren. Das passt. Gold. Uns fehlt eigentlich Cash. Ich glaube ich mach mehr, muss mehr. Wo die ganzen Holzhütten sind? Die weg? Okay. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt sein. Wir folgen euch, Herr. Der hat natürlich nachgebaut. Ja, das war ein ziemlich schwacher Angriff, ehrlich gesagt. Das war ziemlich schwach. Unser Werkzeug ist bereit. Unser Werkzeug ist bereit. Okay, die eine Brauerei kann einfach mal zwei, äh, schenken, äh. Na, versorgen. Die benötigen Gold. Kann ich nochmal zehn bauen? Ich glaube ich brauche noch elf. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Das klatscht gleich, Junge. Ja, die werden nötigen Gold. Ja, viel kostet die? Ach, so. Was soll konstruiert werden? Konstruieren Belagerungsgeräte Konstruieren Belagerungsgeräte Super Aber der nächste Angriff wird kein Fail sein Perfekt Dann kann ich ihm ein bisschen was verkaufen Wir brauchen mehr Armbrüste Immer mehr Armbrüste Ich überlege gerade, ob das vielleicht schlauer ist, von hier oben zu kommen Aber ich will Ja, ich komme wieder von dort und dann machen wir es diesmal aber wirklich richtig hier Erstmal sammelt ihr euch Das ist natürlich jetzt schlecht während dem Angriff Das ist sehr schlecht Komm noch mehr Was geht bei dem ab Alter, aber der sieht aus wie ein Penis Alles gut Hier brauchen wir die 20 Bogenschützen noch Jetzt wird wieder eine längere Mission So, hier rauf jetzt, Boys So, auch jetzt hier Wieso greifen die das an? Die haben ein Seil zum hochklettern Oh mein Gott Natürlich kommt er jetzt an Ist das dumm Ihr bleibt mal schön hier oben Ist das wieder dumm Ohne Scheiß Ich flipp aus Ach komm Das war ein Mongo Dieser gelbe E Ein Nachricht von Ihnen Nein Ihr greift die Burg an Ihr greift mich an Langsam fühle ich mich dazu gezwungen Nicht was dagegen zu unternehmen Schreif mal diese Typen an ey Mach die kaputt Nein Ohne Witz Das kann doch nicht sein Das kann nicht sein Wie viel Lack ey Ach mir viel Tolls Ah jetzt ist was los Ist hier Scheiße Geh zurück Ohne Witz Ist das dumm Könne ich ausflippen So viel Lack Kommt er dann einfach an Wir müssen ihn wegkriegen Ach das ist der Nasir Nizar Keine Ahnung Der Held Das ist doch jedes Mal Es werden Waffen benötigt So wie gehen wir ihn vor Ja startet mir Hätt ich es gesagt Mein Bogen ist euer Ein weiter Weg Mein Herr So kommt Voranzier Mach dir das Ding Kammerkuppel Ey Es kann doch nicht sein Dass es keiner trifft Mann Das einzige Ding Was ich gerade Raped Ey So Gleich dann Sehr gut Ja die Frau Könnte schön angreifen Genau ne Nicht nett Und wer Der Doxen Spawn jetzt draußen Achso Okay Da klaut sich bei mir Steine Okay Lass es durchgehen Aber nur das eine Mal Wie sieht es aus Mit Pfeilen Und Bogen Ach jetzt kommt der mal an Mit Katapulten Geh mal weg mit den Scheißern Ey Jetzt hat es kaputt gemacht Alter Lass das Schmeiß die nicht ab Dann machst du noch meine kaputt Alter Wehe Da klaut sich mein Kill Ey Oh mein Gott Was für ein Arsch Immerhin wartet Gibt es ein besseres Leben Auf mich So ein Arsch Was soll das denn Junge Also so ein Pisser Ey Ohne Witz So ein Pisser Kriegt nichts auf die Reihe Und dann So geht das O Luckily Jetzt kommt er die ganze zeit nur mit irgendwelchen Humble Männern hier also nix weltbewegend ist so weil jetzt das tor dort oben offen ist kann ich ja eigentlich hier auch die tore eröffnen die zeiten des gefangenseins sind vorbei so wieder ein paar katapulte wie ist man hier so viele weil es macht ja keinen sinn killen sich eh wieder gegenseitig die scheiß katapulte noch stehen sich eh nur im weg und einfach an den vorbei naja geht mal von hier wir benötigen gold es wird ein waffenblatt sammeln die in dieser schlucht dort dieser so ein schlauer masterplan von dir hat der sonst irgendwas hat eigentlich nichts der hat hier nur seine penisburg und mehr hat er eigentlich nicht hier mein holz rennen die ganze zeit raus deswegen ach und das deswegen ok ist mein holz weg da ihr könnt das nicht dort platzieren mein lord und dann schlage ich die andere auch einfach ab was sagst du dann die mich meine beine so gut wie erledigt alter ich hab aber auch lange weile gehabt so gut wie erledigt ich hab mir den stein vorrat hier sinnvoll genutzt so na sie ist ja gar nicht mehr so viel oh man greift mal diese an häufer übersehen denke schon was was hat denn der und da klautze ich einfach mein ganzes holz Rams gibt keinen Handel für dich wenn du jetzt keine fünf Steine hast hast du Pech ok und was mache los hier da kommt einfach mal die macht einfach hier was ist denn da los so waschen wir hier mit rum sind auf dem weg und jetzt noch so der hat doch noch Mörderlöcher davor das ist ein holz ok hier wird alles schön brennen du kriegst auch keinen neuen Truppen hier wird alles brennen so das reicht doch schon kannst du ruhig machen wir haben jetzt eh schon gewonnen oh mein Gott bau doch nicht dein Katapult vor den Eingang ey was bist denn du für ein Mongo ey ach so das darf ich ja nicht sagen das habe ich jetzt aber auch zu spät gemerkt ehrlich gesagt auch gleich 199 Steine äh Holz der Typ ist auch easy setzt keine Katapult ein nichts außer seine Feuerballiste und äh ja eigentlich die Feuerballisten sind die einzige Alter steht doch nicht daneben hier wenn euer Mate daneben steht und angreift ja so klingt natürlich ein Mann der gerade stirbt easy ich bin der größte Tod und ich hab nur den Stich gewonnen danke dir Demisai das war die Nachricht von Abt so das war's von dieser Mission ich hoffe es hat euch gefallen und ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Mal Leute Ciao